Hallo und Herzlich Willkommen zurück zu einer neuen Folge vom Partytailing Simulator. Einen wunderschönen Mittwoch wünsche ich. Ich wollte mich nochmal für den Support vom letzten Video bedanken und mir freut es damit euch das Game gefällt und dann würde ich sagen schauen wir mal was heißt. Nix ist so auf uns zukommt. So, jetzt kommen wir da hin. Okay, also das kleinste mal sowieso in Spolen. Oh, woher noch haben wir das Schub? Hm. Ah, da was. Oh, jetzt kommen wir uns. Ich glaube da werden wir es aber zuerst einmal burschen. Hm. Weil so werden wir es so werden wir es eher nicht polieren, weil da ist ein bisschen direkt drauf. Und ich glaube da macht man noch mehr kurz rein wie es ist. Wie immer wollen wir es oder weg bringen wollen wir es nicht mal nicht sehen. Das war ein schönes Fahrzeug. Zum tunen. Gott richtig. Schreibt es gerne mal in die Kommentare ob ihr hier einfach mal in die Kommentare um. Und das Lampe. Ich mache euch mal ein paar Mal in die Kommentare. Ich habe mir auch andere Sachen benutzt. Auf jeden Fall, aber wenn wir das so haben, Ich weiß zwar nicht wo es der aufgeschlossen war, ich bin doch das weil wir autonisch haben Ich hoffe ihr seid wieder gerade in die wochen gestartet und wollt eben nochmal danke sagen für euren support damit euch das jetzt ein video gefallen hat, schreibt es gerne mal in die kommentare ob ihr auch das game spielst und wie euch das Wetter aktuell ist Dann haben wir mal die erste aufgabe fast schon geschafft dann gehen wir mal in die Zukunft Das war eine gute Schwichter. und das ist doch noch fertig und fertig machen wir es ein bisschen mehr beleuchtung wird auch in dem raum nicht schaden ein 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 das ist ein 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 das ist das Der Spiegel direkt. Der Spiegel ist ein bisschen komischer, als wenn man die Folgen damit poliert. Der Spiegel ist ein bisschen komischer. So meine Freundinnen, haben wir das auch geschafft. Dann legen wir das zurück. Dann würde ich sagen, haben wir den Auftrag geschafft, dann sage ich schon nochmal Danke fürs Zuschauen. Ich hoffe es hat euch die Folge gefallen. Wenn ihr euch dann lasst so gerne ein Abo und ein Like da. So Schatz, in der nächsten Folge wieder vorbei. Bis dahin, macht's gut. Ciao, ciao.